Reisen. Machen wir die mal weg. Scheiß drauf. So. Gehen wir zum großen Schiff. Ja, Ex-Kaiser sagt er schon auch Elite Master Guardian. Aber das sagen sie doch alle. Wären wir Global Elite, wäre es auch. Zufällig. Nein, Bullshit. Ich laber nur. Was für ein schöner Song, nicht wahr? Nee. Das ist echt awesome. So. Hier habe ich mal zwischendurch ein gestrandetes Schiff gefunden. Und da hat dieser Mr. Handy-Typsel da, der da zu mir gemeint, ich solle den Käpt'n treffen. Und der war davon überzeugt, ich wäre irgend so ein wichtiger Typ. Und jetzt soll ich da wohl hin. Wartet. Bitte? Halt. Nein. Skelett? Geil, oder? Skelett? Hat der Skelett gesagt? Das Problem ist, ich bin nicht der Typ, für den er mich hält. Und das habe ich ihm auch versucht zu sagen, aber das hat er nicht akzeptiert. Er hat gesagt, ich soll zum Käpt'n. Und nun möchte ich gerne zum Käpt'n. Okay, die Musik ist echt schrecklich. Also, jetzt ist es mal gut mit der ganzen gedudelte ganze Zeit. Ich kann nicht nur Musik hören. Vor allem, wenn es so schreckliche Musik ist. Jetzt mal wieder hier ein bisschen stimmungsvollere Musik. Also, die besser zur Stimmung passt als dieses Äh, wo geht's hier hoch? Ich hab doch vorhin Treppen gesehen, bin ich doof. Hey, my stupid. War hier ein Treppen? Treppenaufgang, da war er. Yo, sieht alles so kaputt hier aus. Und schon ist die Stimmung wieder bedrückt da. That's how it's supposed to be. Ach, Folas, wir haben jetzt auch wieder ein Feed the Beast-Seller. Ach so. Okay. Ich will aber keinen. Also, ich will auf keinem spielen. Sahne hat einen gemacht. Ja. Okay. Ist mir recht. Soll mir recht sein. Äh, hello Protektrons, I guess. Die laufen ja scheinbar, oder nicht? Ist hier so. Hier spricht der Käpt'n. Wir nehmen eine Soldaten auf. Räumen Sie die Koje frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Reden die mit mir? Von mir? Ich werde irgendwas Falsches sagen und dann werden die mich umbringen. Ja, ist okay, Silvan. Was kann ich dem eigentlich wegnehmen? Fusionszellen. Äh, ja. Ich hab's auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Wir haben wieder ein Feed the Beast-Server. Geht klar. Unauffällig. Clown. Mein täglich Brot. Wo ist dieser Käpt'n? Gott. Warte, Ruhe. Die wollen mich doch verarschen. Das ist doch nur ne Falle. Ich hab das Gefühl, ich müsste ja alles in den Schott und Asche schießen, aber irgendwie... Will ich wissen, was diese Käpt'n denn von mir will? Dieser ach so wichtige Mann. Alles gut. Unidentifizierte Eindringling. Eindringling. Erster Mann. Hier spricht der Käpt'n. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Herr, bitte. Erlaubnis zur Anwendung tödlicher... Ähm. Eeeh. Hey, hey, ganz ruhig. Kann bitte nicht nachkommen. Zurück. Das ist ein Befehl. Und benutzen Sie den Akzent verdammt nochmal. Hi, Captain. Weiche zurück. Äh. Ich hab das Gefühl... ... zur Vernichtung des Eindringlings verweigert. Ja, gut. Zur Kenntnis genommen. Ich werd' so sterben hier drin. Fuh, das klaut ja bald mehr als der polnische Kleptomane. So, glaubst du also? Und das ist er... Das ist der Käpt'n? Ein bisschen ein robotischer Käpt'n, aber hallo. Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähenest soll sofort zwei Strich Backbord absuchen. Aber zackig. Nein, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mat hat sie hoffentlich nicht zu hart drangenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Ich... 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 Nicht sein, für den du mich halten. Äh. Erster Mat, Kongressarmee, warum redest du so komisch? Das ist der Stolz unserer Marine, die USS Constitution. Als ihr Kommandant habe ich die Ehre, ein gewisses Maß an Anstand von meiner Crew zu verlangen. Äh, ja. Tacheles. Der Ausguck hat gesagt, dass ich hochkommen soll. Warum? Ich gebe zu, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich. Sparkasse was? Wie ist es überhaupt hier hochgekommen? Eine schreckliche Geschichte, keine Frage. Das heißt, höchstwahrscheinlich. Als ich kam, war sie schon hier. Mitten auf dieser Sargasso-See aus Schutt und Unglück. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, im Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und taugen nichts als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Okay, wie sieht es damit aus? Wenn ich dir helfe, will ich einen Vorschuss haben. Für Ihre Dienste gibt es einen fairen Anteil am Prisengeld. Am Ende der Reise erhalten Sie das gleiche wie alle. Damit ist die Sache erledigt. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten! Beeilt euch, Leute! Blünderer im Anmarsch! Soldaten, an die Kanonen! Töten wir einen Ultima-Ratio! Blünderer? Wait, 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 what? Die Stufenpakt zu vertreiben. Die Kanonen sind vereint! What are you talking about? Oh mein Gott! Da geht ihr ab! Ab wie Schnitzel! Ab wie Harry! What? Die schießen mit radioaktiven Geschossen! Verdammt! Das ist aber gar nicht cool! Sag mal! Du Plünderer da unten! Who you think you are? Aua! Das ist aber mal gut da. Gibt der noch? Ne. So. Noch so'n Spasso. Yo. Ah, das ist einer von den Guten. Plünderer in Sicht! Haltet ihn! What? Der war... Der war gut. Der war gut. Respekt. Ich seh ja nix! Auf was schießt ihr denn? Oh, da unten ist er. Holy Mother! This hurts! Aua! Wo ist denn der Plünderer? Ich seh nix! Scheiße! Ich verfehle! Hilfe! 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 Er ist tot! Holy Shit! Was ist passiert? Ich bin plötzlich tot. Warum? Was soll da? Oh, jetzt muss ich nochmal mit dem Klappern. Captain Ironsides. Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krehnest soll sofort zwei Strich Backbord absuchen. Aber zack! Nein, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Gut. Der erste Mat hat sie hoffentlich nicht zu hart rangeholt. Nein. Ist lange her, dass wir die Kongress-Amikationen haben. Schön. Danke, dass du ihn zerrückst. Der Scan zeigt, dass sie noch... Ich bin Captain... Sie besuchen. Ja, klar. Wir probieren es halt nochmal. So etwas höre ich selten. Wären Sie bei der Marine, würde ich Sie an Ihren Schwur erinnern. Aber als Soldat... Ich werde gleich eine leistungsabhängige Sonderzahlung genehmigen. Sprechen Sie mit dem Zahlmeister. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Cloud. Ja. Verstanden. Speichern. Und... In Sicherheit gehen. Okay. Ex-Kaiser holt sich was zum Essen. Oder Jonathan. Guten. Schießen Sie mit allem, was wir haben. Ist der legendäre Huzo auch wieder an Bord? Dieses Mal ist er nicht da. Da ist noch so einer. Elende Verräter. Sie entkommen mir nicht. Hahaha. Elende Verräter. Sie entkommen mir nicht. Oh. Eine schlanke Frau ist dieses Mal der legendäre Plünderer. Alter. I think she dead. Oh. She definitely dead. Ist der letzte. Steckt sich irgendwo. Oh. Hallo Ironside. Dürf mich bitte nicht runter. Oh. Geht ab. Ich sehe nichts. I don't see no enemy. Hallo. Wo sind die denn? Juhu. Völlig wundervoll. Oh. Ja. Okay. Das war nice. Danke. Einer down. Da hockt noch irgendwo einer. Sehe ich nicht. Wie lange das jetzt wohl dauernd wird. Dead Krieg. Satz Krieg. Warum treffe ich denn manchmal nicht? Ich verstehe nichts. Hahaha. Feuer die Kanone da? Hab ich das? Hätt ich das machen sollen. Jo. Hab ich's geschafft? Ich verziehe mich mal nach unten. Hallo. Hier. Per Trektrans. Per Trektrans. Ah ja. Ein Blau ist da. Wir haben sie erwartet. Hello. Ach man. Jetzt muss ich da rüber. Warnung. Warnung. Große Ehre. Ich nicht. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Kempten. Hahahaha. Wo bist du auf denn das ein? Äh. Du hast Präpp. Ah ja. Schon. Du hast wirklich Elan. Vielen Dank für das Kompliment. Aber nun zur Mission des Tages. Unsere letzte Marine-Expedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel. Sir. Aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Oh nö, jetzt. Ich helfe immer gern. Ich kümmere mich sofort herum. Meine Aufregungs-Emulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf, sobald diese Sache erledigt ist. Bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Ja, Bosun. Gern doch. Repariere Stromkabel. Wie auch immer. Her damit. Ich bin der Kabelmeister. Ich bin... Du besorgst sie aus den Redundanten. und kaputten Systemen, Kabel und ersetzt mit ihnen das beschädigte Stromkabel. Mann, bin ich ein Intelligenzbolzen. Ich bin ein Motherfucking-Genius. Verteidige die Konstitution. Äh, ach ja, nach oben. Oben, Mr. Thaddeus. Nach oben. Und Blaui, es tut mir leid mit deinen Champignons. Ich würde sagen, kein Trinkgeld für die Kassiererin. Kein Trinkgeld für irgendjemanden. Und da nie mehr hingehen. Und da nie mehr hingehen.